Hallo und Willkommen zurück zu Final Fantasy 13 So, dann wollen wir mal... Scheiße, wo geht's hier lang? Ah, okay, dann betätigen wir mal Ah, super, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin Ah, das wird jetzt lustig Es gibt nämlich mehrere Plattformen Und dann kann ich eine Leiter nach der anderen rüber tun Ich habe jetzt im Moment so eine Leiterphobie Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber... Naja, das sind ja eher Treppen Die kann ich verknuspern Yeah Dann mach ich mal die... Oh, könnt ihr mal aufhören, mich anzugreifen Das gleiche Spiel jedes Mal Immer versucht ihr mich zu töten Und jedes Mal scheitert ihr Na gut, manchmal schafft ihr es auch, aber... Ich komme immer wieder Ich bin wie Staub Mir wird man nicht los Oh, der Snow, der kann ordentlich zuhauen Finde ich nicht schlecht Panzerpost Der kann Panzerpost Dieser Arsch Ich glaube, ich sollte mich mal heilen Boah, warum sind die Heiler so weit unten? Ja, Vanille fast halbtot Kommen, Vanille Das schalte ich jetzt mal schnell Na Es sind doch nur noch zwei Boah Auf sie, mit Gebrüll Und der ist geschockt Was, Zerstörer? Den hatte ich noch gar nicht Und der hat eine Panzerfaust Dieser Arsch Der ist es also mit der Panzerfaust Ich dachte, das wäre ein alter Bekannte Aber nein, das ist ein neuer Feind Und wir sind natürlich immer noch in Kapitel 9 Erst wenn wir von dem Schiff runter sind Sind wir in Kapitel 10, soviel ich weiß Hm, wo gehe ich jetzt lang? Ich könnte auch nur geradeaus gehen Aber Da gibt es zum Beispiel einen Gegenstand Den wir nicht vielleicht haben Na Wow Ein Gegenstand, ein Gegenstand Na, 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 na Was ist denn hier drin? Hm, Analysator Was ein Scheiß Braucht kein Mensch Leiter, komm runter Äh, Treppe meine ich Nö, uff Voll Andocksystem hier Ich gucke natürlich alles ab Wenn die Gegner leicht erscheinen Mache ich sie platt Wenn nicht, dann Oh, ich hab Glück Hier sind keine Kompensator Ach jo Und da fliegen sie schon Die lästigen So Die lästigen Zeit, komm Idioten Die haben ja auch nichts besseres zu tun Als mich irgendwie in der Luft zu suchen Oder keine Ahnung Darum fliegen die im Kreis Ist denen langweilig Warten die auf jemanden? Natürlich warten die auf jemanden Und ich weiß auch, ob wen Auf mich Hallo Leute Ah, die kommen bestimmt gleich wieder mit ihren Streuraketen So wie ich die kenne Ah, wie ich das liebe Oh, kommt her Yeah Hasch mich, du alter Dragun Nein Ach Leck mich Du kriegst mich nicht tot Nee, nee Oh, äh Vanille ist fast tot Ich korrigiere mich Vanille ist tot Aber die haben mich nicht totgekriegt Also von daher Oh Oh Äh Korrigiere, ich bin auch fast tot Na, ich bin tot Okay, ihr kriegt mich tot Mein Gott Ah Tricksicke Was soll das Nein Ich will nicht nochmal Ich mag euch nicht Ich geh vor anders lang Tschüss Zum Glück gibt's 1000 Wege Also ich Äh Gegen die Äh Hm Zum Glück brauch ich nicht jeden Kampf mitzunehmen Wenn Ich mal zu schwach erscheine Dann mach ich Gegner halt mal glatt Dem und dem mal wieder Bis ich level und dann Den Gegnern in den Arsch treten kann Und Ne, da hinten geh ich nicht hin Da ist ein riesen Monster Aber ich lass schon mal die Plattform ausfahren Vielleicht Da oben ist Oh Ich seh da Ich seh da ne Kiste Oder was ist das Was ist das da oben Springt der Ofen ab Das ist doch bestimmt ne Kiste Ich den Von hinten an Nee Funktioniert nicht Da hau ich lieber ab Ah Lass ich die Kiste Kiste sein Ist mir jetzt auch scheißegal Geh ich hier runter Ich hoffe die Leute sind hier netter Sehen auf jeden Fall netter aus Was ist denn das Da ist ein Da ist ein Da ist ein Da ist ein Arschloch Runter Also dieser Von diesen großen Da da Diese Big Boss Männer Diese Generäle Dieser Ja genau Mach ich den Prinzip Oh fuck Was machen die Ich find's lustig Dass der Endgegner Leichter ist Als Diese Wichser hier Prinzipal Egal ob du der Prinz Von irgendeinem Fall bist Für die Geschichte gleich Mein Freund Was sollte das Was Was hast du mit Vanille gemacht Ah Nein Wir müssen Wir müssen Nein 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 Schnell Vanille ist tot Oder Ne fast Jetzt Nein Sie ist tot Okay Schnell 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 Geht wohl nicht Okay What the fuck Ist meine Einstellung So scheiße Ne Komm Was haben wir denn hier Factor Vitalisator Vitalisator Die brauchen wir alles Die kann ich auch nicht überraschen Das ist die scheiße Ja Mach ich erstmal die Ordner weg What the fuck Was geht mit euch Jawohl Jawohl Der erste ist geschockt Jawohl Voll in die Luft gejagt Hier und jetzt Ach Oh nein Da ist schon wieder so ein Arschloch Vanille Sterb ruhig Mir egal Hat doch eh keinen Sinn So Jetzt Ein Heiler holen Das hilft auch immer nichts Ey Heilst du mich mal bitte Schnell Was ist das Da liegt doch irgendwas Ach nee Das ist Snow Oh Ich bin auch so doof Oh ich kriege Echt Zu viel Was soll der Scheiß Warum kann ich die nicht besiegen Neue Strategie Ich kann eh nichts aktivieren Ohne die Besicht zu haben Also Okay Na super Ich muss einfach auf meine Lebensenergie Achten Mehr nicht Na komm Bringt's um Mehr Mehr Konzentration Warum machen die anderen nichts Okay Jetzt fängt da an Mit der Pazza Jetzt sollte ich mal anfangen Ein bisschen zu heilen Snow haut ja weiter schön drauf Von daher Ähm Ich glaube Ich könnte mich auch irren Aber Vanille Scheiße Hope hat zwar nicht so viel Energie Wie die Aber die überlebt Wenigstens Und das mit so wenig Energie Oh jetzt reicht's mir Ne 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 Der Psycho Zerstörer ist dran Schnell ein Oh nein Und schon wieder tot Und so Es endet Klar doch Ich Ändere mal was an meinen Äh Leuten Also bis gleich So Und wieder da Jetzt mal Oh ernsthaft Das kann man nicht angehen Ich glaube ich mache immer Die falschen erst kalt Aber ich glaube Hope hat auch mehr Power Super Stimmt Ich wollte ja erst heilen Und Erst Moment mal Das bringt gegen die überhaupt nichts Die machen mir das nämlich immer wieder weg Ja Schlöcher So Dann machen wir erstmal den Zerstörer hier Mit der Panzerfaust Tot Der glaube auch noch den Ja Der macht den meisten Damage von allen Na los Schnell 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 Heilen Heil mich Heil mich Heil mich Oh So und jetzt wieder auf ihn Boah Der haut gleich mit einem Schlag so What the fuck Wieso schon wieder heilen Der war doch vorhin Alter Die Härte hier sind Äh Die Härte hier genau Die Kämpfe hier sind härter als überhaupt alles Alter Wie die reinhauen Ich glaube ich level gleich erstmal Also Nach dem Part Aber dann wird es Wahrscheinlich auch eine Pause geben Wenn ich level Wohl einen Part Muss ich ja wohl Wahrscheinlich mal machen Keine Ahnung Ah Ich werde einfach mal leveln Einen Tag lang Mal sehen wie weit ich komme damit Bestimmt überhaupt nicht weit Jawohl Dann wäre das größte Arschloch schon mal weg Jetzt sind die anderen Arschis dran Heilen Heilen Danke War sehr Hilfreich Ähm Was schlägt mich da Ach ne Ich dachte schon Das wäre ich Haben so ähnliche Outfits Ah ne Kann ja gar nicht sein So Jetzt bist du dran Hopp Das machst du super Oh Echt Die kostet mir allen Nerv Und dann habe ich nur noch Diesen Bastard da Komm her Aber vorher heile ich mich besser Und hopp Hier noch ein bisschen Energie Was machst du da Hör auf damit Egal was du machst Hau ab Geh mir nicht auf den Zwirn Uh Na los Ja Toll Hau ab Du hast alleine eh keine Chance Deine Weiber sind weg Was willst du ohne Weiber machen Ha Musst du wieder neue anschaffen gehen Ha Tja Hast Pech gehabt mein Freund Und jetzt auf ihn Brügel ich dir die Scheiße aus dem Leib Du Das kannst du mir aber mal glauben Hier Boah Was Was für Kämpfe Ey Ich glaube ich werde hier Nach dieser Aufnahme Session wirklich mal Ein bisschen Leveln Wenn ich dazu komme Weil Der Endgegner ist so hart Ich glaube nicht dass ich den schaffen werde Ähm Ähm Ach nee Die bewachen auch genau diese Tür Hm Ich kann nur das aktivieren Hör Komm ich aber zu den Ach mit euch habe ich auch noch eine Rechnung offen Stimmt ja Hey du Arsch Guck mal Ich bin da Genau Das war die Scheiße hier Der Zeikon Zerstörer Der nervt Übelst Jetzt heilen wir uns nochmal Alter Alter Was Wie Gewusel Was soll noch mal einer zurechtkommen Hier Hope Hope Warum haltst du dich Hope hat's nötiger Ah super Hau da mit der Panzerfaust wieder rein Ach Weißt du was Na super Jetzt ist er schon wieder halt tot Jetzt aber Komm Der wäre weg Nein Aus Sei ein braver Dragona Blödes Mistvieh Obwohl es sind ja keine Vieh Das sind einfach nur Soldaten Ja Mistsoldaten Na super Wozu habe ich euch bei mir Damit ihr verreckt oder was Hope You're my last hope Wir werden das auch gewinnen Mein Freund Wir werden das aber sowas von gewinnen Du Jetzt weiß ich schon Warum ich den Kämpfen Aufs Weg gehe Aber Wenn ich das so oft mache Habt ihr ja gesehen Ich kriege Die Hoke voll Ab jetzt kann man ja auch Fehler machen beim Einstellen Von daher Weil man kann ja jetzt wählen Welchen Anführer man haben will Und welche Charaktere Obwohl Ich kann ja wählen welchen Anführer Ich haben will Ja Snow hat viel mehr Energie als ich Also als Lightning Ich glaube ich sollte die mal Als Anführerin Auswechseln Und mit Snow rumlaufen Ja Das wäre gar nicht Mal so Verkehrt Äh Der derzeitige Anführer Kann nicht ausgewechseln Okay Hab mich geirrt Dann halt nicht So ich will da runter Da ist was Das ist was Nettes Unbewachtes Juhu Ne Kiste Ne Kiste Und Oh Wenn ich das hinten Da hinten schon sehe Kriege ich Graus hier Weil ich weiß Dass ich das Wahrscheinlich Nicht sofort Überleben Werd Ich glaube da Gehe ich mit Strategie Mal ran Boah da ist ja auch So ein Vieh Ich will diese Viecher Umgehen Die haben Panzer Das ist Übel Ich bin kein Panzerknacker Oh Naja dann wollen wir mal Auf jeden Fall Sehr Stressig Hier alles Aber ich bleib Cool Ah Ah Das kann ich gut Gebrauchen Was immer da drin ist Vielleicht auch nicht Da unten ist schon wieder So ein Arsch Arsch oder gepanzerte Bestie Hm Den Arsch habe ich Wenigstens schon mal Besiegt Von daher Es kann ja nicht Schlimmer werden Dreh dich um Ah ne 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 Wie komme ich an euch Jetzt vorbei Am besten Sie warten auch noch So schön auf mich Dreht euch um Hab ich nicht Blender Oder so Natürlich hab ich Kein Blender Wisst ihr was Ich mach euch auf die Schnelle Tour Fertig Oh das sind doch noch So viele Yes Beschwören Meine Leute gehen Erstmal kacken Die können Später wieder rein Nein 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 Ich will nicht heilen Ich will Verheeren Ei 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 Mach's Fertig Ich lass den so lange Erstmal drin Bis Die Zeit Fast kurz Ablaufen ist Und dann werde ich Den richtig einsetzen Okay Jetzt ist glaube ich Die Zeit gekommen Und Odin Ich glaube ich werde nicht Wirklich viele davon Töten können Na Stirb Du bist tot Ach komm Mach ich Automorphs Das ist auch gut Mach dir irgendwas Automatisch Jetzt werdet ihr leiden Hat es weh getan Ich hoffe doch Aber ich glaube Die leben noch alle Na super Natürlich leben die noch alle Das war jetzt bestimmt Alles umsonst Ich bin schon kurz Vorm Verrecken Mal wieder Hä Was Wieso kann ich Nicht heilen Da Verdammt Scheiße Nein Ah Wenigstens Die halten Das ist gut War mal kurz Irgendwie Vernebelt Glaube ich Die Statusveränderung Hatte ich noch nie So wirklich Ja Ah Das ist heftig Der Kampf Ne Nein 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 Das ist mir lieber Sonst verliert er noch Den Anschwung Oh Ho 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 Nein Ho 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 eine Trainingssession machen. Das ist schon fast wie eine Trainingssession, was ich hier mache. Leide. Komm, mach die fertig. Ich schaffe das. Hoffe ich. Na, so, jetzt aber. Jetzt kann er nichts mehr machen. Jetzt haben wir ihn in der Tasche. Jetzt hole ich noch Lightning hier als Brecher hervor. Dann kann es losgehen. Boah, wie wir den in der Luft zerfetzen. Einfach nur geil. So. Nächster bitte. Boah, die Kämpfe, die dauern im Moment so lang. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ist da vorne was zum Speichern? Zum Speichern wäre nicht schlecht. Die Kämpfe dauern mir jetzt ein bisschen zu lang. Oh, da unten sind ja noch mehr. Der Part ist auf jeden Fall schon zu lang. Ich gehe wieder nach oben. Speichern. Beende den Part und sage bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Euer Zwinita. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.